Hi Leute, ich bin Michaela von Ultramixer und ich zeige euch heute, wie ihr Ultramixer als Vollversion freischaltet. Dazu geht ihr zunächst auf unsere Webseite und ladet euch die letzte Version von Ultramixer herunter, entweder über diesen Button oder im Menü unter den Eintrag Downloads. Auf dieser Seite findet ihr dann ganz oben immer die aktuellste Version von Ultramixer, jeweils mit der Versionsnummer, dem Datum des Releases und dann jeweils die Downloads für Mac, Windows 64-Bit und Windows 32-Bit. Bei Pro Entertain braucht ihr einen 64-Bit Rechner, da die Betriebssysteme von 32-Bit einfach nicht mehr die nötige Power bringen. Solltet ihr eine ältere Version von Ultramixer gekauft haben, findet ihr hier immer die letzten Updates von dieser Version. Die könnt ihr euch also jederzeit wieder downloaden. Außerdem findet ihr noch die letzten zwei Updates von Ultramixer 6 hier. Entscheidet euch einfach für eine Version und dann erhaltet ihr im Downloads-Ordner auf eurem Rechner so eine Datei. Da klickt ihr einfach mit einem Doppelklick drauf und startet die Installation. Hier müsst ihr euch wie bei jedem anderen Programm einfach nur durchklicken. Bei Mac müsst ihr wahrscheinlich noch euer Passwort eintragen und könnt am Ende die Datei auch in den Papierkorb verschieben. Das macht ihr, wie ihr das möchtet. Nach der Installation könnt ihr ProEntertain, Basic und Home mit allen Features testen. Schaut einfach, welche Version die beste für euch ist. Schaut, dass alles mit der Technik bei euch zu Hause funktioniert, denn wir wollen, dass ihr nach dem Kauf natürlich auch zufrieden seid. Hier seht ihr auch noch einmal, dass es die Demo-Version ist. Bei einem Kauf würde dann hier euer Name stehen mit der Bestellnummer. Im nächsten Schritt öffnet sich hier nochmal ein Dialogfenster mit Testen, Kaufen und Freischalten. Darum geht es natürlich heute. Klicken wir einmal drauf und dann öffnet sich auch schon das Aktivierungsfenster. Hier könnt ihr dann eure Lizenzdatei und die Bestellnummer aus eurer Bestätigungs-E-Mail vom Kauf einfügen. Das haben wir natürlich noch nicht, deswegen klicken wir erstmal auf Testen. Ihr könnt natürlich auch jederzeit später über die Einstellungen auf Ultramixer freischalten klicken und kommt dann wieder in dieses Menü. Wenn ihr euch zum Kauf von einer Version entschlossen habt, dann kommt ihr über unsere Webseite zu unserem Vertriebspartner MyCommerce. Von dem erhaltet ihr dann eine Bestätigungs-E-Mail mit eurer Bestellnummer oben drin. Einem Link, der leider nach einer gewissen Zeit abläuft, aber ihr habt unten im Anhang noch eine Lizenzschlüsseldatei. Wenn ihr Ultramixer als CD oder D-Party erworben habt, dann habt ihr eine Seriennummer erhalten. Die müsstet ihr auf unserer Webseite noch einmal freischalten. Dazu gebt ihr hier eure Seriennummer ein, eure Daten, ganz besonders auf die E-Mail-Adresse aufpassen, denn dort bekommt ihr dann mit dem Button einen Lizenzschlüssel anfordern, eure Lizenzschlüsseldatei zugeschickt. Die sieht dann in etwa so hier aus. Furn ist eure Bestellnummer, dann kommt die Endung .um6key für Ultramixer 6. Diese Datei könnt ihr nicht öffnen, die ist wirklich nur für Ultramixer selbst gedacht, nur Ultramixer kann diese Datei lesen. Das heißt, ihr müsst Ultramixer noch einmal separat starten und dann die Datei dort hochladen. Über den Button freischalten, öffnet ihr also jetzt noch einmal das Aktivierungsfenster, klickt in das Feld für die Lizenzdatei und sucht dann den Speicherort von eurer Lizenzschlüsseldatei. Für mich ist das jetzt der Desktop bei euch, da wo ihr es abgespeichert habt. Speichert euch diese Datei auch wirklich gut ab, bei einer neuen Installation kann es passieren, dass ihr die Freischaltung noch einmal durchführen müsst. Jetzt gebe ich hier noch meine Bestellnummer aus der Bestätigungs-E-Mail von MyCommerce ein, klicke auf freischalten und ich sehe schon, die Aktivierung war erfolgreich. Jetzt muss Ultramixer noch einmal in der Vollversion gestartet werden und ihr könnt voll durchstarten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei, happy mixing und bis zum nächsten Tutorial. Ciao!